Das Projekt Elefant, ein riesiger Berg von Arschlöcher und eine riesige Lobkarts, Namen, Spitznamen, die alle vermutlich in einer offenen Datenbank, ohne die Sicherheit, wo jeder Arschloch, legte die Hand. Ich will nicht zu traurig Kerl mit, Bad Neves, sondern eine halb prostituierte Tochter eines LKW-Fahrer in der Hoffnung auf eine neue Karriere, die nicht über Prostitution und schlechte Musik, Deine Freunde, nicht ganz, diese Grafik nur einen Berg von Scheiße, deshalb ist ein Spaß am Montag. Die Hündin senden sie das Foto eines Hundes für das, was, wie sie die Hoffnung für das neue Werk vielleicht einen Job für einige sehen, nutzlos süchtig freund. Niemand habe es selbst getötet zu China oder Xangai, urbane Legende zu sehen, wer will sagen, dass der Milliardäre Tag der Bösewicht ist. Und schau, wie sind die roten Hälse etwas anders als die langweiligen Leben gefickt, dass sie gut ist. Wenn sie dort gehen, sehen sie, eine Utopie von Drogen, Sex und Idioten. Ich bin nicht mit mehr, es ist alles Lüge, bleibt die gleiche Ärsche, dieselben Lehrer, gleiche Scheiße wie immer, was waren nur die Haare und das Gewicht verändert. Die widerlich Individuen, sprechen die gleiche Scheiße mit schlechter Qualität bleibt. Es ist die Hälfte, wird individuell, vielleicht ist das Klima alles, was sie zu aktivieren verzögert oder der ersten Klasse. Eine Kolonie von Betrunkenen, wie gerade für die ich, lebe Fragen, bleibt das Letzte, dass es ein Krebs der Werksstofftechnik, mit Hirnproblem ist, lebendig bleiben, ein Insekt halb humanoiden, ein halb FAG, kleine Hündin von einer Zwiebel. Er hatte die Qualität bleiben so betrunken, das könnte Senden an auf der Straße ohne allzu großen Aufwand schlafen, auch mit ihm die kleine rumänische Hure funkit ab, Bananetitten war, wie sie genannt wurde, aber die Getrunken hatte ein Auto, das er wie verloren haben für zwei, dreimal. Einmal, einmal ging die Polizei registrieren, Raub des Autos, aber er war so betrunken, dass er nur vergessen ist über die nur Scheiße, dass es wie ich mich erinnere. Ein Scheißwüste, ohne zu viel Dinge außer Denken in ihren Problemen zu tun. Eine Mischung aus American Pie mit Mord im Gorki Park. Aber schauen sie die Scheiße, es ist nicht nur auf Google, dass die Intelligenz hinter der Werbung liegt, wahrscheinlich sie Sendeempfangsdaten von Wikiserver ist, sodass der Abfluss proportional ihrer Neugier. All dies mit Porno, eine Menge Porno, Porno infizieren, ist die Balanke des Systems, ist, wo sie solche kleinen Nuanten der Verteilung finden. Oder besser verstanden werden, begann die Sache schlecht, wird schlimmsten bleiben, weil dort wahrscheinlich Pudding sind Daten zu, auf Private, eine Reihe von Krebsarten, die sie während ihres Lebens zu erfüllen. Es ist leicht, wie mehrere psychologische Seiten verstehen, die Arbeit mit ODER-Verknüpfung, die Sache für den Navigator, bleiben lesen und schließen, ob sie haben recht. Es ist ODER-Logik es immer wieder ein positiver Wert.